Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video über die Janus Engineering Online Trainings. Mein Name ist Stefan Schmid-Densinger, ich bin IT-Consultant bei der Janus Engineering AG und mitverantwortlich für die Durchführung der Online Trainings. In diesem kurzen Video wollen wir uns die Durchführung einer solchen Schulung auf der Janus eigenen Schulungsumgebung einmal genauer anschauen. Wir befinden uns bereits im Teilnehmermodus auf einem Arbeitsplatz, von dem aus wir uns in die Schulung einwählen wollen. Dort erwartet uns bereits ein Trainer der Janus, der die Schulung fiktiv durchführen wird. Für die Durchführung der Schulung sind im Vorfeld ein paar Voraussetzungen auf Kundenseite zu erledigen, welche wir in unserem Administrationsguide Step-by-Step beschrieben haben. Dazu gehören die Installation der beiden Zugriffskomponenten, Horizon Client für die Einwahl auf den Schulungsdesktop und der Teams Client für den Eintritt in den virtuellen Schulungsraum und die Kommunikation mit dem Trainer sowie für etwaige Unterstützungen. Wir empfehlen an der Stelle auch zwei Bildschirme für die Schulung zu verwenden. Und Kaffee sollte natürlich auch nie fehlen. Die Einwahl in den virtuellen Schulungsrechner erfolgt über den Horizon Client. Nach Einrichtung und Eingabe der Zugangsdaten, welche von Janus während der gesamten Schulung bereitgestellt werden, öffnet sich der für Sie vorbereitete Janus Schulungsdesktop mit allen relevanten Daten und Installationen, die während der Schulung benötigt werden. Anschließend erfolgt die Einwahl per Klick auf den von Janus vorbereiteten virtuellen Schulungsraum in Microsoft Teams. Diese Informationen erhalten Sie wie auch Ihre Desktop-Zugangsdaten vorab per E-Mail von uns zugesandt. Mit nur einem Klick nehmen Sie am Schulungsmeeting teil. Hallo Bostja! Hallo Stefan! Willkommen zur Online-Schulung. Dann lass uns doch gleich mal loslegen. Wir arbeiten in der Schulung parallel mit der Präsentation und NX, also genauso wie wir es auch bei unseren Schulungen in Sindelfingen tun würden. Ich würde dir dazu gerne einmal kurz meinen Bildschirm teilen. Siehst du meine Präsentation? Ja, die sehe ich. Sehr gut. Siehst du jetzt auch mein NX? Ja, ich sehe auch dein NX. Wunderbar. Dann lass mich doch gleich mal noch auf deinen Rechner schauen, ob du die richtige Version offen hast. Okay, ich teile kurz meinen Bildschirm. Dann siehst du auch, was ich hier mache. Jawohl, das passt. Dann können wir gleich loslegen. Perfekt. Dankeschön. An dieser Stelle beginnt nun die Schulung und wird bis zum Ende auf diese Weise durchgeführt. Es bleibt alles im familiären und unkomplizierten Rahmen, wie Sie das auch von anderen Janus-Schulungen gewohnt sind. Auch wenn mal Hilfe auf Teilnehmerseite benötigt wird, kann sich unser Trainer, wie Sie am Ende gesehen haben, auf den Desktop des Teilnehmers schalten, um Hilfestellung zu geben. Ich hoffe, wir konnten Sie mit diesem kurzen Video für unsere Online-Schulungen begeistern und freuen uns über Ihr Interesse und auf eine erfolgreiche Online-Schulung als Ergänzung zu unserem bisherigen Schulungsportfolio mit Ihnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.